Sie ist hier, nicht wahr? Sie ist hier! Man braucht erstaunlich wenig Zeit, um sich aus der Welt zurückzuziehen. Ich ging auf Reisen, bis ich fähig war zu einem Leben mit mir selbst. Was uns wirklich ausmacht, ist nicht greifbar, ist jenseits allen Wissens. Wir geben uns der Liebe hin, weil sie uns wenigstens fühlen lässt, was wir nicht wissen können. Nur darauf kommt es an, am Ende. Was ist hier, ein paar Tage? Wer ist hier? Ich hab See you in meinem Leben. Ich hab hier gezwungen rechtzettet. Ich bin mir von ihm zurückgezogen. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich sah sie nur einmal noch, es war ein Zufall, auf einem Flughafen beim Umsteigen. Sie hat mich nicht gesehen, Peter war bei ihr, sie hielt ein Kind an der Hand, sie war nicht anders als all die anderen. Untertitelung des ZDF, 2020